Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier wieder zurück. Natürlich. Und ich muss euch auf jeden Fall sagen, ich habe einen Part versäumelt. Der ist nämlich ein absolutes Lackfest und das kann ich euch nicht geben. Deswegen kurze Zusammenfassung, was ist passiert. Es sind ein paar Kinder gealtert, es ist keiner ausgezogen und die haben halt ihre Fähigkeiten ein bisschen aufgebaut. Ende. Und sie hat auf jeden Fall eine richtig krasse Haarfarbe. Tschüss, auf zur Schule. Ja genau, wir haben halt noch Makeover gemacht und so, aber sie hat eine krasse Haarfarbe und ich finde das auch mal cool, weil sonst ist es ja alles relativ normal. Und naja, ist ja langweilig so und so ist es halt nicht so. So und ihr dürft alle fleißig lernen. Sie hat ein niedriges Sozialbedürfnis und naja, ist halt ein bisschen doof. Aber dann könnte sie ja vielleicht einfach mit irgendwem chatten oder sowas. Das kriegen wir bestimmt hin. Kontakte knüpfen, chatten mit und dann kannst du mit deiner Tochter chatten. Die freut sich. Was ich auch noch machen wollte, ich wollte so eine Spielekonsole kaufen. Ja, weil ich glaube, dann kann sie ja da auch Spaß haben und man kann miteinander zocken. Das heißt, eigentlich hat es nur Vorteile. Dann nehmen wir auch die krasse, dann nehmen wir die in weiß. So, ich weiß halt nicht, ob die funktioniert, wenn man die hier hin... Oh, nein, nein. Wenn man die halt hier hinstellt, müssen wir mal gucken. Wenn ich das anklicke, geht das? Jo, sehr gut. Dann steht die da. Sieht vielleicht nicht so toll aus, aber Dinge passieren auf jeden Fall. Oh, Seed Packages waren in der Post gut. Die kann man natürlich auf jeden Fall verkaufen, weil wir haben gerade keinen Platz, um die einzuspflanzen. Ja genau, ihr Sozialbedürftes und ihr Spaßbedürftes steigt. Das ist sehr gut. Das ist genau, was ich wollte. So, alle sind von der Schule zurück und keiner hat gute Noten. Entschuldigung. Ist ja schrecklich hier mit euch. Also sie trainiert erstmal von sich aus. Sehr cool auf jeden Fall. Man könnte ja hier diese Kreativ-Fundstische hinstellen für die Kinder, weil eigentlich finde ich das echt cool. Wenn die das machen könnten, weil, naja, Kreativität ist ja auch halt wichtig so. Und dann kann man das hier so in schönen Bunt nehmen. Ich glaube, mir gefallen die Farben mehr. Dann nehmen wir den einmal so und einmal so. Vielleicht nehmen wir den auch einfach dann nochmal in der Farbe einfach. Dann haben wir verschiedene Farben. Dann ist das auch voll cool und so. So, weil er hier hat zum Beispiel Kreativität am höchsten. Dann kann er ja einfach Sommerbastelarbeiten herstellen. Okay, sie chillt erstmal ihr Leben. Ich denke, als Mutti muss das auch irgendwann mal so sein. Ich glaube, die kommen hier hinten nicht hin. Es wirkt zumindest immer so, als würden die nicht hinkommen. Und deswegen schiebe ich den einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Und können die vielleicht jetzt zusammenspielen. Oh, das sieht voll süß aus. Kann man auf jeden Fall mal machen, oder? Er ist fertig. Cool. Können wir das hier irgendwo aufhängen? Finde ich süß. Ja, jetzt spielen sie auf jeden Fall gemeinsam. Oder zumindest, beziehungsweise sie haben zum Beispiel geguckt, glaube ich, einfach nur. Aber, Alter, ist dieser Fernseher laut. So, und nun finden wir wieder alle friedlich ins Bett. Wir haben jetzt halt fünf Jungs. Das heißt, der eine, nämlich der gute Hatsch, der schläft im Mädchenzimmer. Aber das ist ja kein Problem hier bei uns, ne? Ihr fehlt ja auch schon gar nicht mehr so viel, dass sie ein Kind werden kann. Das ist auf jeden Fall cool. Level 3. Super. Dann kannst du das weglegen. Dann gehen wir als nächstes wieder an Fantasie ran. Mit Puppen spielen. Sie kann nicht mit Puppen spielen? Was? Warum? Dann soll sie ihre Blöcke stapeln. Ja, da eben halt Wochenende ist, heißt es, ganz viele Fähigkeiten aufbauen, ne? Aber bisher klappt das auch sehr, sehr gut. So, und Mutti, die wird jetzt erstmal endlich mal weiterprogrammieren. Denn sie hat ja eine Handy-App angefangen. Ich glaube, in ihrem verworfenen Part. Aber jetzt wisst ihr, dass sie eine Handy-App angefangen hat zu programmieren. Wir kriegen nämlich nur noch 608 Tantimen. Und das ist natürlich nicht mehr so viel. Und ich meine, wenn wir weiterhin so teure Rechnungen haben, dann geht uns das Geld ganz schön schnell aus. Melody ist jetzt besser im Hacken. Same. Oh. Es wurde noch mehr fertiggestellt. Wie süß. So, jetzt fehlt nur noch Bewegung. Und das machen wir mal kurz damit. Da fehlt ja auch nicht mehr so viel. Level 3. Oh, sie ist gerade wach. Ist ja perfekt. Aber ich glaube, wir haben keinen Kuchen mehr. Wie wär's? Kannst du kurz einen Kuchen backen? Der muss ja nicht toll sein. Aber einfach nur, dass wir einen Kuchen haben. Wie, du steckst irgendwas in Branden und dann raste ich aus. Aber sieht gut aus. Jawollo. Dann kommen Geburtshauskersten drauf. Und dann kannst du... Erst mal mit dem Tablet aufhören. Und du kannst dann... ...helfen, Kerzen auszublasen. Warum kommt sie da nicht ran? Helfen, Kerzen auszublasen. Jetzt komm, mach einfach. Ja, super. Uh. Oh. Aua. So, und sie wird jetzt ein großes Mädchen. Sie ist kleptomanen. Oh mein Gott. Und sie ist kreativ. That's some cute hair right there. Dann gehen wir mal ab in den Creative Sim. Und sie ist kreativ. Hey, ich hab mir doch andere Haare gegeben gehabt. Egal. Hat sie jetzt halt die weißen Haare. Egal. Wer interessiert sowas schon? Ableben durch Verbrennen? Was zur Hölle? Kannst du dich bitte einfach umziehen? Jetzt steht das hier bei allen. Excuse me. Hör auf. Fabian macht eine Phase durch. Das ist okay. Melody kann jetzt Computerspiele entwickeln. Uh. Müssen wir nach der App auf jeden Fall machen. Oh, gib einen Namen für diese neue Handy-App ein. Ähm. Alter. 1177? Habe ich das gerade richtig gesehen? Sims Mobile. Natürlich. Das hat sie entwickelt. Da sehe ich sie. Sie kann ja schon mal anfangen mit dem... Mit dem Videospiel. Wer schläft denn bei ihr? Öl schläft bei ihr? Oh. Irgendwie cute, ne? Aber... Ja. Ich glaube, es war einfach sein Bett nicht mehr frei. Und deswegen... Aber... Oh. Der Geist von Colin schwindet. Oh. Das will ich aber eigentlich nicht. Ich will nicht, dass der Geist schwindet. Warte. Platzier ihn jetzt einfach da. Er darf ruhig existieren. So. Und ihr dürftet wieder alle fleißig lernen. Das Wochenende ist schon wieder vorbei. Und an dieser Stelle beende ich jetzt nochmal den Part, denn ich nehme wieder meine gewisse Zeit auf. Und ich meine, es sind jetzt alle Kinder in der Schule. Es ist komisch, dass wir nur eine Person gerade zu Hause sind. Diese Dinge passieren nicht so häufig, ja. Aber ich finde, das ist okay. Ich fand, wir haben heute viel erreicht. Auch wenn jetzt vielleicht nicht... Es ist ja nur ein Kind gealtert. Aber you know, wir haben viele Fähigkeiten aufgebaut und so weiter. Also, dass es jetzt wahrscheinlich in den nächsten Parts wieder mehr dazu kommt, dass mehr Kinder altern. Dass dann Kinder ausziehen und dass wir neue Kinder erzeugen können. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss.